Zu einem guten Stück Fleisch gehört nicht nur ein scharfes Messer und Salz, sondern auch Kräuterbutter. Und wie du Kräuterbutter selbst machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Was brauchen wir für unsere Kräuterbutter? Ganz klar, wir brauchen Butter, zwei Blöcke, dann haben wir hier noch Kräuter, das besteht aus Schnittlauch und aus Petersilie. Ungefähr 80% Schnittlauch, 20% Petersilie. Dann haben wir hier noch eine ganze Knolle Knoblauch und Rosmarin für den Geschmack. Und zum Start nehmen wir jetzt erstmal unsere Butter und packen die in die Mikrowelle bei geringer Temperatur, also bei geringerer Wattleistung und machen die erstmal ein bisschen weich, um die schön mit dem Rest verrühren zu können. Ja, die Butter ist dann perfekt, wenn sie sich leicht auseinander drücken lässt. Es macht aber nichts, wenn ihr das eine Butterstück ein bisschen mehr und das andere weniger macht, denn ihr könnt jetzt mit der warmen Butter das Ganze dann wieder vermengen, wenn sich das nicht mehr so gut umrühren lässt. Butter ist drin, jetzt packen wir unsere Kräuter mit dazu. Und dann wird man auch merken, wenn sich das Ganze nicht so schön verrühren lässt. Und dann nimmt man einfach von der geschmolzenen Butter was und packt die dann oben drauf. Ist auch gar nicht schlimm, dass die geschmolzen ist, denn wir werden das ja dann alles wieder in den Kühlschrank reinpacken oder eben ein Teil auch eingefrieren. Und daher ist das gar kein Problem. Ja, und jetzt alles schön vermengen. Den Rosmarin, den könnt ihr einfach abziehen, indem ihr das so nach unten macht oder nach oben. Dann habt ihr die kleinen Rosmarinzweige da drin. Die kann man einfach mitessen. Oder wenn es jemand da nicht mag, muss es halt beiseite tun. Aber Rosmarin gibt in der Kräuterbutter nochmal einen richtig guten Geschmack. Wenn ihr es dann sauber verrührt habt, dann sieht man auch schon schön die Kräuter da drin. Jetzt würzen wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Ihr könnt ruhig recht großzügig das Salz reinpacken, denn ihr werdet ja wahrscheinlich das auf einem Brot essen oder mit Fleisch. Und dann braucht ihr auf jeden Fall gut Salz mit dazu. Das Abschmecken könnt ihr dann mit der blanken Butter machen oder nehmt vielleicht ein Brot mit dazu und probiert es dann mit Brot. Nach Bedarf könnt ihr es ja dann noch nachwürzen mit Salz, Pfeffer oder könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Kräuter auch mit dazu packen. Je nachdem wie ihr es mögt. Ein kleiner Tipp auch noch. Ihr könnt auch noch Olivenöl mit reinpacken. Das mache ich auch regelmäßig, denn es gibt noch eine leichte herbe Note. Wichtig nicht übertreiben, weil sonst wird die Butter einfach zu flüssig. Wenn eure Kräuter Butter einen richtigen Geschmack hat, dann nehmt ihr kleine Schälchen. Ich habe hier solche kleinen Tapas-Schälchen. Die decke ich dann mit Klarsichtfolie ab. Einen Teil friere ich dann einfach ein und der Rest kommt in den Kühlschrank oder wird dann direkt verzehrt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Fiess auch bei Klarsichtfolie ab. Einen Teil vom 2d. Boah. Einen Teil fiel. Melanch 1, 2d. Vielen Dank.